Was geht ab Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Update-Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Erstmal einen wunderschönen guten Morgen in die Runde. Ich hoffe, euch allen geht's gut. Ihr seid alle gut in diesen Freitag reingestartet und allen schon mal einen guten Start dann auch ins Wochenende. Momentan traden wir bei ungefähr 16.750 US-Dollar. Wir hatten gestern nochmal so einen kleinen Peak, haben dadurch wieder eine Vector-Candle gebildet, gehen wir jetzt aber auch gleich nochmal drauf ein. Wir schauen uns an, was jetzt für den Verlauf des Wochenendes auch auf jeden Fall wichtig sein wird. Und noch 1, 2 Altcoins und wie immer gilt, wenn ihr irgendwelche Altcoin-Wünsche habt, gerne unten in die Kommentare reinschreiben. Später kommt noch eine XRP. Und die IOTA ausführliche Chartanalyse kommt jetzt jeden Freitag bzw. jede Woche mindestens einmal ausführlich. Ja, das war es von meiner Seite. Bevor wir starten, lasst dem Video gerne mal ein Like da, abonniert den Kanal, wer es noch nicht gemacht hat. Und wie gesagt, unten gerne einen Kommentar da lassen und wer es noch nicht gemacht hat, immer noch dieses exklusive BingX-Event, wo ihr euch 20 US-DT und 30 US-DT als Free-Trades einfach durch die Anmeldung bzw. Registrierung unten mit dem Link holen könnt. Gut, jetzt aber genug Eigenwerbung gemacht. 16.750 US-Dollar traden wir. Wir machen ganz kurz unseren Indikator mal an und schauen einfach mal. Muss ich wieder aktualisieren, war ja klar. Und schaut einfach mal, wo die Vector Candle gebildet wurde oder ob sie mittlerweile schon ein bisschen abgeholt wurde. Hierzu ganz kurz den Indikator nochmal an. Auch hier werde ich dazu noch ein Video machen jetzt am Wochenende, weil einfach der Wunsch doch danach da war. Also, ihr seht es hier ganz gut. Hier ist diese Vector Candle bis ungefähr 16.700 US-Dollar. Also sie wurde jetzt schon wieder fast komplett aufgefüllt. Nur lohnt sich hier immer der Blick in den 15-Minuten-Chart. Das habe ich gestern im Livestream dazu gesagt. Bitte da immer mal in den 15-Minuten-Chart gucken, weil es unterschiedlich sein kann, dass diese Vector Candles wiederum abgeholt werden. Und der 15-Minuten-Chart ist hier deutlich sinnvoller zu nehmen. Und da haben wir bis ungefähr 16.600 US-Dollar unsere Vector Candle. Das ist unsere Marke, die wir auf jeden Fall wiederholen sollten, früher oder später. Ansonsten, die Zone gilt es dann natürlich zu halten. Trotzdem müssen wir auch dazu sagen, jetzt gehen wir wieder in den 1-Stunden-Chart, wir haben weiterhin hier unten bei unseren 15.900 US-Dollar noch die Vector Candle. Und darin wird es sich meines Erachtens auch entscheiden. Wir haben hier oben diese Supply-Zone noch. Wir haben hier oben noch das dicke Volumen, was hier liegt. Aber der Kurs hat viel zu wenig Kraft, um hier überhaupt mal ansatzweise hinzukommen. Und hier oben liegt eben die Liquidität. Und momentan sieht es aber eher danach aus, okay, wir holen uns zuerst hier diese Zone um die 17.200 US-Dollar, kriegen dann hier unsere Rejection rein und versuchen dann vielleicht sogar übers Wochenende oder zum Montag nächste Woche die 15.900 US-Dollar und hier die Vector Candle noch zu holen. Weil an sich befinden wir uns weiterhin in der Seitwärtsphase. Wir können uns hier mal ganz kurz die Range ungefähr einzeichnen, nur damit ihr wisst, was ich meine. Dieser Bereich hier traden wir die ganze Woche und hier befindet sich auch die Psy-Range. Und die haben wir weder nach oben hin durchbrochen, wir konsolidieren in dieser. Wir hatten dieses Fake-Out zum Montag, aber wir wissen, normalerweise werden diese Fake-Outs beziehungsweise hier diese Vector Candles, die am Montag gebildet werden, immer zum Ende der Woche wieder geholt. Also schnellstmöglich. Und wir sind meiner Erachtens nach relativ überfällig. Es könnte jetzt noch dieser letzte Peak kommen. Ihr wisst, normalerweise sind die Vector Candles immer so drei Peaks. Und das könnte jetzt der dritte Peak sein, dass wir uns wirklich noch die Liquidität hier oben holen und dann eben die Abfahrt nach unten hin anmachen. Eine blaue Vector Candle haben wir meines Erachtens noch nicht gebildet. Hier hatten wir zwar zwei, wir hatten dann nochmal eine. Ist aber jetzt gut möglich, dass wir hier diesen letzten und dritten Impuls eben nochmal nach oben hinkriegen und dann die Liquidität oben abgreifen und versuchen, hier unten die Long-Liquidität einzusammeln. Ansonsten wenig getan. Keine impulsiven News, gar nichts mehr. Wir können mal kurz gucken, was heute noch auf uns wartet. Eher so gegen Nachmittag nochmal die Verkäufe bestehender Häuser könnte nochmal ein wichtiger Indikator werden für den Immobilienmarkt in den USA. Also darauf bitte mal achten. Und ansonsten CFTC, spekuläre Netto-Positionen und sowas, können wir erst einmal, sage ich mal, beiseite wischen. Mehr gibt es momentan hier, ehrlich gesagt, nicht zu sagen. Also nur momentan Verkäufe bestehender Häuser, dass man ein bisschen im Blick behalten könnte um 16 Uhr nochmal für ein bisschen Bewegung sorgen. Einfach um zu gucken, wie sind der Immobilienmarkt momentan gefestigt. Gut, das war es zu Bitcoin. Schauen wir uns noch ganz kurz Ethereum an. Auch hier weiterhin diese Seitwärtsrange. Wir haben gestern im Livestream drüber gesprochen. Wir möchten über dieser Marke von 1227 einen 4-Stunden-Close oder auch mindestens mal einen 1-Stunden-Close. Haben wir ihn nicht geschafft. Ihr seht hier ganz gut, dieser Wig. Wir haben gestern drüber gesprochen. Ich möchte hier keinen Wig sehen. Ich möchte hier wirklich einfach sehen. Wir brechen hier drüber. Mit einem Close. Weil ansonsten haben wir uns einfach wieder die Liquidität, die hier drüber lag, wieder geholt. Und das ist jetzt eben wieder der Fall gewesen. Also hier auch kein signifikantes Breakout momentan. Auch hier ganz kurzer Blick. In die Vector Candles haben wir auch wieder eine gebildet. Fängt bei 1205 an und geht noch runter bis 1199 US-Dollar. Also wäre gut, wenn wir uns hier schnellstmöglich nochmal abholen, vielleicht noch ein bisschen Liquidität sammeln, um dann auch hier eventuell hier diesen Pump in Richtung 1280 zu machen. Aber vergleichen wir Bitcoin. 17.500 sind momentan, 17.200 sind ungefähr 500 Punkte. Oder 500 US-Dollar. Oder ich glaube jetzt nicht, dass ein 500 US-Dollar Pump bei Bitcoin so einen riesigen Pump bei Ethereum auslöst. Also Ethereum, die Long-Position läuft, nachdem wir uns hier unten die Vector Candles abgeholt haben. Ansonsten wäre ich jetzt ehrlich gesagt ein bisschen vorsichtig, hier noch in irgendwelche Positionen reinzuspringen. Auch hier diese drei Impulse, dass wir uns eventuell noch hier dieses hochholen. Und das war es dann auch. Also dass wir jetzt hier die 1280 sehen, wage ich ehrlich gesagt ein bisschen zu bezweifeln. Ansonsten weiterhin Vector Candles hier unten noch in dem Bereich der 1100 US-Dollar. Aber das wäre so das Ziel für die nächste Woche. Dann, Blick auf Cardano wurde sich gestern auch im Livestream gewünscht. Deswegen schauen wir hier auch mal ganz kurz nach. Wir bilden hier ein schönes W-Pattern. Also einen doppelten Boden erst einmal. Trotzdem fehlt mir hier einfach noch ein bisschen was. Und zwar habe ich es gestern schon angesprochen, wir bilden hier höhere Hochs. Wir bilden aber auch im RSI höhere Hochs. Das heißt, wir haben keinerlei Divergenz, weder im 4-Stunden- noch im 1-Stunden-Chart oder Sonstiges. Wichtig wäre es einfach nachhaltig, die 0,3450 US-Dollar erste Mal zu überwinden. Hier sind die letzten Hochs. Aber auch hier gilt natürlich, was ich gerade eben bei Bitcoin zum Anschauen gebracht habe, kein WIC drüber. Ich möchte hier ein Close drüber. Am besten deutlich drüber. Retest dieser Zone, ein bisschen Konsolidierung. Und dann eben die nächste Ineffizienz hier oben bei knapp 0,36. Wäre momentan das Wunschszenario. Aber jetzt mal gucken, ob dieser Trend weiterhin hält. Momentan sieht es gut aus. Doppelter Boden. Erst einmal die Frage ist nur, reicht die Kraft? Es könnte nämlich hier dann eher wie bei Bitcoin sein. 500 Punkte Pump bei Bitcoin. Das würde dann ungefähr bei Cardano auch die Range hier oben bedeuten. Und dann kriegen wir eben den Rücksetzer. Also das mal ein bisschen im Auge behalten. Dann Chainlink. Hält sich auch weiterhin gut. Das Szenario lassen wir mal drin, weil hier unten auch noch ein paar Vektor-Kennfliegen, die ich gerne gefischt haben würde. Hält sich weiterhin stabil. Müssen wir nicht näher drauf eingehen. Aber Litecoin. Und Litecoin hat ordentlich gezogen. Schauen wir mal ganz kurz auf den Daily Chart hier rein. Wir sind wieder in unsere Kaufzone gekommen. Also müsste hier mittlerweile echt jeder mal drin sein. Und jetzt schauen wir uns einfach mal die Gegenreaktion. Bis zum jetzigen Stand an sind schon wieder 30%, was man hier im Plus ist. Und die Chance hatten wir jetzt schon 2-3 Mal gehabt. Was ich euch da vielleicht raten kann. Wenn ihr euch unsicher seid jetzt in dieser Marktphase einfach. Nehmt einfach mal ein bisschen Profite. Wenn ihr hier unten reingestiegen seid bei diesen 47, 48 US-Dollar. Profite nehmen. Vielleicht mal die 30%. Und dann mal gucken, was weitergeht. Aber die Profite mal einsacken. Es geht nicht darum, dass man hier wirklich am Top aussteigt. Sondern immer mal ein bisschen Profite nehmen. Wir sind übergeordnet in dieser großen Seitwärtsrange. Das zählt meines Erachtens weiterhin. Das ist wichtig. Und solange wir hier kein nachhaltiges Breakout hatten. Hatten wir zwar hier mitten 4 Stunden. Aber guckt euch den RSI an. Das ist nicht wünschenswert. Wir brauchen einen mittleren RSI, sage ich jetzt mal, für einen Breakout. Um dann den Trend, sage ich mal, fortzusetzen. Wir wurden hier an dieser Downtrend-Linie rejected. Und solange wir hier nicht über die Marke von 66 US-Dollar nachhaltig ausbrechen, kann es jederzeit wieder sein, dass wir hier einfach wieder runtergehen. Wieder in diese Range. Und dann einfach mal gucken. Weil es sieht hier deutlich danach aus, als ob wir hier wieder eine Vector-Candle gebildet haben. Ist zwar jetzt der Daily-Chart. Aber ganz kurzer Blick in den 1-Stunden-Chart. Können wir auch nochmal ganz kurz machen. Und da sehen wir auch, diese impulsiven Pumps hier. Sieht schon wieder deutlich nach der Vector-Candle aus. Also lieber mal ein bisschen Profite nehmen. Auch wenn es nur 10% sind. Und dann lieber unten, sollten wir hier nochmal hinkommen, doch wieder nachkaufen. Ihr kriegt nochmal einen besseren Entry. Ihr könnt noch ein bisschen mehr nachkaufen, als ihr vorher gehabt habt. So fahre ich im Endeffekt auch meine Strategie. Gut, dann, wenn ihr noch irgendwelche Wünsche habt. Gerne, wie gesagt, unten in die Kommentare reinschreiben. Später, deswegen habe ich jetzt noch keinen XRP gemacht. Kommt noch XRP und die Jota. Jetzt schauen wir noch ganz kurz auf die News. Dieses Land kauft ab morgen jeden Tag ein Bitcoin. Jo, ihr habt es wahrscheinlich alle schon mitbekommen. El Salvador kauft jeden Tag jetzt ein Bitcoin. Gibt viele negative, viele positive Stimmen. Einerseits ist Bitcoin die Landeswährung. Mitunter, muss man ja dazu sagen, ist ja anerkannt. Und stärkt natürlich die Währung, wenn hier jeden Tag gekauft wird. Trotzdem wird es natürlich auch von vielen skeptisch gesehen. Aber im Endeffekt macht er einfach nur. Er kauft den Dip, unterstützt sein Land langfristig. Beziehungsweise soll es langfristig natürlich helfen. Schauen wir mal, wie das weitergeht. Ob es da noch weitere kritische Stimmen geben wird. Ansonsten lest gerne den Artikel. Beziehungsweise müsste er schon in der Telegram-Gruppe gepostet worden sein automatisch. Das war es jetzt erstmal von meiner Seite. Es stehen jetzt noch ein Haufen Videos an. Dieses Wochenende könnt ihr euch totgucken mit Videos. Kommt eine Menge auf jeden Fall auf euch zu. Freue ich mich, wenn ihr mir auf jeden Fall ein Like da lasst. Gerne ein Abo da lassen. Wir hören uns dann später wieder. Oder vielleicht über später auch nochmal. Also drei Videos heute vielleicht muss ich mal gucken. Das war es von meiner Seite. Bis dann. Ciao, ciao und stay crypto.